Herzlich Willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch eine ganz besondere Münze vorstellen. Sie vervollständigt meine Kleinmünzensammlung der Deutschen Demokratischen Republik. Und zwar handelt es sich dabei um 5 Pfennig von 1982 in der Normalausführung in der Erhaltung fast Stempelglanz. Die Münze gibt es in zwei Ausführungen. Einmal wie hier zu sehen in Stempelglanz matt und einmal in Exportqualität wie sie in Kursmünzensätzen zu finden ist. Und diese Münze gab es bereits schon in meiner Sammlung und jetzt neu die Münze in der Normalausführung, die relativ selten ist. Vor allem auch ohne Beschädigungen am Rand oder auch ohne größere Kratzer etc. Sie ist bewertet im Jägerkatalog in Stempelglanz matt mit 600 Euro. Meine Münze, die fast Stempelglanz matt ist, hat ca. 300 Euro gekostet. Und ich bin damit auf jeden Fall zufrieden. Ich habe dieses Jahr eine schöne DDR-Kleinmünzensammlung aufbauen können. Und im kommenden Jahr dann geht es weiter mit den Gedenkmünzen. Im Abspann nochmal der Link bzw. der Video-Hinweis zu den Erhaltungen und Prägequalitäten von Münzen. Dort erkläre ich, worum es sich bei der Exportqualität handelt für alle, die damit nichts anfangen können. Und ich wünsche euch jetzt eine schöne restliche und ich bedanke mich jetzt fürs Zusehen. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Also bis dahin. Tschüss! Tschüss!